Herzlich willkommen. Autogramm gefahren. Außen, der hat nur hier mal kurz warm joggen dürfen. Keine halbe Stunde auf dem Platz. Und für ihn jetzt also der chinesische Neuzugger auf dem Feld, Yuning Shang. Yuning Shang, der sich ja mit Ajax Amsterdam vermutlich ganz gut auskennt. Denn der hat zuletzt in den Niederlanden gespielt. Und zwar für Vitesse Arnheim. Scheint jetzt ein größeres Problem zu sein. Was ist euer Plan, Junge? Was ist euer Plan? Das ist die Frage, Junge. Es wird auf jeden Fall eine Trage gefordert. Und da stehen jetzt eine ganze Reihe von besorgten Spielern um den verletzten Niederländer. Aber nicht aus dem Leibschuh, ne? Ja. Nee, die kriegen wir ja wieder. Die sind ja von uns. Super. Achtung! Von Ajax. Der eigentlich eine gute Partie gemacht hatte bis dahin. Und jetzt ist sogar der Krankenwagen auf dem Feld. Wir können nur auf das Beste hoffen. Wir werden mittlerweile Tücher vorgehalten, damit man nichts sieht. Das ist auch kein gutes Zeichen. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob es eine sinnvolle Idee wäre, dieses Match wieder anzupfeifen. Wie soll man da sagen? Man muss das Schlimmste befürchten. Möglicherweise kämpft Nuri hier sogar gerade um sein Leben. Kommt, Junge. Kommt, Junge. Kommt, Junge. Kommt, Junge. Vielen Dank.